Kasus Zuerst sehen wir die Pronomen. Nominativ Ich, Du, Er, Sie, Es, Wir, Ihr, Sie, Sie. Akkusativ Mich, Dich, Ihn, Sie, Es, Uns, Euch, Sie, Sie. Dativ Mir, Dir, Ihm, Ihr, Ihm, Uns, Euch, Ihnen, Ihnen. Viele Verben stehen immer mit einem bestimmten Kasus. Nominativ Sein, bleiben, werden Er ist mein bester Freund. Mit Akkusativ, das sind 90% aller Verben. Ich kenne ihn. Ich sehe den Mann. Mit dem Dativ stehen folgende Verben. Helfen, gratulieren, antworten, danken, schaden, nützen, schmecken, gefallen, gehören, passen. Stehen, es geht mir oder mir ist. Er hilft mir. Ich danke dem Freund. Folgende Verben stehen mit dem Akkusativ und Dativ. Geben, schicken, senden, bringen, übergeben. Sagen, erzählen, erklären, mitteilen, ausrichten. Er gibt dem Freund den Schlüssel. Wenn es zwei Nomen gibt, Dativ, Akkusativ. Er gibt ihm den Schlüssel oder er gibt ihn dem Freund. Zuerst steht das Pronomen, dann das Nomen. Er gibt ihn ihm. Wenn zwei Pronomen stehen, Akkusativ, Dativ. Das Nomen schn wife. Er gibt ihm. Er gibt ihn ihm. Er gibt absolument zwei な dejar.